Musik 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 Hallo Freunde das ist die noobie action heute das sah aus wie so ein spieler der mit fäusten nach unten irgendwie guckt aus war noch ein zombie hier ist alles voll mit leuten hier sind fünf spieler sehe ich und die reden mal miteinander oder was ja die haben alle keine waffe wollen wir diejenigen sein die unfriendly sind immer elektro immer nur elektro ich bin jetzt hier hinten bei den häusern am strand den ganzen häusern direkt bei mir nur ziemlich ich habe tausend zombies hinter mir haben sie sich entdeckt wo wend ihr hin ich kriege noch die axt ist alles voll mit leuten die alles vor ich will mir noch die axt ich bin jetzt gerade da okay ich habe die axt hey don't kill me what you doing ich bin schon orange hanshee tifo bist du beim krankenhaus what you doing i i do nothing man wo seid ihr yes i do nothing i only make wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr wo seid ihr i do nothing sebastian bitte wo seid ihr an unseren camperhäusern an den holzhäusern an den omihäusern an den omihäusern oh don't bash me don't bash me hey hey don't bash me ok mr axt hier lichtbogen equipter he will bash me ich seh ja ich seh da jemanden von euch ja ich will bash me soll ich ihn bash mir er hat eine mose ja mach mach ja wer bist du wer bist du ich hab ihn gebläst wie siehst du aus ich hab einen schwarzen rucksack und einen military helm komm mal hier richtung einkaufsladen einkaufsladen hier von dir aus rechts an der mauer vorbei da bin ich gerade da kann ich einen vielleicht ja ja renn direkt hier nah vorbei da bestehe ich scheiße aua der hat mich getroffen da schlägt er mich tausendmal da schlägt er mich tausendmal ich blute da ist auch nicht schlecht hier da ist auch nicht schlecht hier oh nein nein abgekackt ja ich hab ihn doch mal getroffen ich glaub der mit der schaufel ist down perfekt und der andere ist denn ja der lebt noch da rennt jetzt zum einkaufsladen ja komm den holen warte ich verbinde mich erstmal nur noch ja und loote den typen dann im spaz den mit der mosen der hat sich ein bisschen verpisst durch den sniper werk der hat aber glaub ich keine munition gehabt oh der sauber leckt grad ein bisschen ich hab dem voll eine verpasst den mit der mosen der hat sofort in strömen geblutet ich bin leider nicht am kopf getroffen ok ich bin wieder dabei aber der ist auch nicht schlecht da mit dem kleid der kann gut axten ja bei dem leckt es wahrscheinlich nicht so wie bei mir zum beispiel ok wieder leider hab ich irgendwie immer vor dem seine axt geschlagen das passiert mir öfters da ist wieder einer in dem roten rucksack ah da sind sie wo sind sie denn beim einkaufsladen scheiße dann sehe ich mich ich spawne gerade oh die gehören zusammen hier die wollen mich die wollen mich scheiße ey wenn du spawst du bist genau da aber ich beschütze dich oh gott das sind kinder alter scheiße mann ok ich achse da jetzt ein boah ey geht das ganze an bist du das hier nicht rein weg ich muss mich verbinden hallo ey das kind ist übelst gut hier ja ja ich bin ich bin ich bin ja ich bin ich bin ich bin ich bin hier gerade ein bisschen abgelenkt ich bin das alles nochmal gleich erklären Ihr kleines Schilder gewinnt! Komm schon! Wie alt bist du? 10? Ich hab ihn getroffen. Ich schlag immer vor dir in seine Axt, Alter. Ich bin unconscious. Scheiße, komm nicht mehr. Deine Freunde sind unconscious, und jetzt sind die Axt. Hau damit, ich hab noch mal geaxtet. Ey, ich bin unconscious, Alter. WTF, ja. Ich weiß, wie viel Axt schlägt. Ich bin tot. Ey, das ist ein übelstes Kind. Ich weiß, wie man so gut sein kann. Wirklichkeit.